Deine Geschichte, meine Stimme. Das ist buchbar, dein Hörbuch. Ich bin Anna, freu mich, dass du da bist. Zurückgeträumt von Janett Kaurek, gelesen von Anna T. Pferd. 19. Kapitel Hast du dich schon entschieden, ob du den Lesecafé Adventskalender auch in diesem Jahr veranstalten wirst? fragt Chris. Und während er ein großes Stück von seiner Pizza abbeißt, frage ich mich, warum ich ihm bloß davon erzählt habe. Den Adventskalender habe ich vor Jahren mit Wellen und Jana ins Leben gerufen, als wir gemeinsam an einem Marketingkonzept für ihren Kosmetiksalon und mein Café arbeiteten. Um für einen der wechselnden Tagesgewinne in den Lostopf zu hüpfen, mussten die Kunden vor Ort ein Formular mit Quizfrage ausfüllen. Das führte dazu, dass Lesecafé und Kosmetiksalon in der Vorweihnachtszeit gut besucht waren. Im Salon konnten die Kunden Mascara, Parfums und Cremes gewinnen, während bei mir im Café Bücher, Hörbücher oder Lesekissen zur Wahl standen. Wir waren ziemlich stolz auf den Erfolg unserer Aktion, weshalb Wellen mich vor ein paar Wochen beim gemeinsamen Spielerabend fragte, ob wir den Adventskalender bald erneut starten wollen. Leider hat Chris unser Gespräch mitgehört und fragte mich auf dem Heimweg danach aus, bis ich ihm alles erzählte. Ehrlich gesagt habe ich dieses Jahr keine Lust darauf, beantworte ich Chris' Frage, schiebe meinen leeren Pizzakarton beiseite und hoffe, dass er nicht nachhakt. Allerdings wäre er nicht, Chris, wenn jetzt keine weitere Frage käme. Warum nicht? Well sagte, ihr konntet eure Umsätze deutlich steigern. Und ihre Idee, Nadine für eine Nikolauslesung einzuladen, klingt doch vielversprechend. Und die letzten Events und Tage waren auch erfolgreich. Ich will einfach nicht, kommentiere ich knapp, doch Chris lässt sich damit nicht abspeisen. Ich weiß, dass du Weihnachten nicht magst, aber die Aktion würde deinem Kaffee guttun. Tatsächlich mag ich Weihnachten inzwischen, gestehe ich ihm, und ich merke, dass ich seinen Fragen nicht länger ausweichen kann. Wirklich? Da bin ich mal ein paar Jahre weg und schon wird aus dem Grinch ein Weihnachtswichtel? fragte grinsend und ich stoße ihm aus Spaß mit dem Ellbogen in die Seite. Ich war kein Grinch. Ich hatte bloß die Lust, mit meiner verkocksten Familie tagelang eine auf heile Welt zu machen. Zumal meine Großeltern beider Seiten recht früh gestorben sind und meine Eltern sich mit ihren Geschwistern zerstritten hatten. Also blieb Timo und mir nichts anderes übrig, als die Feiertage mit unseren Eltern zu Hause zu verbringen. Am Weihnachtsabend konnten wir uns noch zusammenreißen, aber am Tag drauf war die Luft raus und wir verkochen uns alle in unseren Zimmern, um zu lesen, Gitarre zu spielen oder zu malen. Nur mein Vater versuchte gelegentlich, uns an einen Tisch zu bekommen, doch irgendwann gab auch er auf. Ich war froh, wenn die Ferien vorbei waren und ich endlich nicht mehr so tun musste, als sei ich gern zu Hause. Ich weiß, Emmi, sagt Chris und zieht mich näher zu sich heran, wo ich mich in seiner Umarmung vergrabe. Was hat dich umgestimmt? fragte er schließlich nach einer langen Pause. Tom, gebe ich leise zurück. Willst du mir von ihm erzählen? fragt er dann und ich nicke langsam. Tatsächlich würde es mir gut tun, ihm ein wenig den Mann näher zu bringen, der mich durch seine Abwesenheit noch immer an den Rand der Verzweiflung treibt. Er war fast immer gut gelaunt, fange ich an, und die Erinnerung an Toms fröhliches Lachen zaubert mir ein Lächeln auf das Gesicht. An Weihnachten drehte er dann immer so richtig auf. Auch er hatte nicht die besten Familienverhältnisse und seitdem er hergezogen war, sah er sie noch seltener. Also begründeten wir unsere eigenen Weihnachtstradition und wurden richtige Weihnachtswichtel, wenn du so willst. Ich mache eine kurze Pause und Chris schmunzelt. Wir hingen Mistelzweige im Café auf, dekorierten die Regale mit bunten Christbaumkugeln und backten Kekse, die wir dann im Laden verkauften. Die Einnahmen haben wir einem guten Zweck gespendet. Es verging nicht ein Tag, an dem keine Weihnachtslieder bei uns liefen. Auch wenn Tom absolut unmusikalisch war und nicht einmal den Text richtig kannte, trällerte er jedes Lied von Anfang bis Ende mit. Er war sicher ein toller Mensch, sagt Chris und lächelt mich mitfühlend an. Ich wünschte, ich hätte ihn kennengelernt. Ich will etwas darauf erwidern, doch ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also schweige ich und genieße bloß seine Nähe. Chris ist inzwischen wieder ein fester Bestandteil meines Lebens geworden. Und auch wenn ich seine Berührungen vor Sehnsucht kaum ertrage, so lasse ich sie manchmal dennoch zu. So wie heute. Chris freut sich offensichtlich über diese Momente, doch spürt er auch, dass ich noch nicht bereit bin, weiterzugehen. Er ist geduldig und verständnisvoll und meine starke Schulter zum Anlehnen. Ich weiß, er wäre gern mehr für mich, doch jetzt ist er erst einmal genau das, was ich brauche. Mein bester Freund, den ich schon seit Kindestagen kenne und dem ich vollkommen vertrauen kann. Wenn du Angst hast, dass es dieses Jahr nicht so schön wird, weil er fehlt, durchbricht Chris schließlich die Stille und ich hebe meinen Kopf, um ihn anzusehen. Ich bin für dich da. Du weißt, ich war schon immer ein absoluter Weihnachtswichtel, ergänzt er grinsend, schnappt sich eine rote Bommelmütze aus der Tüte mit Weihnachtsdeko, die wir gerade in meinem Wohnzimmer ausräumen, und setzt sie sich auf den Kopf. Ich weiß, bemerke ich lachend, und ziehe die weißen Flechtzöpfe unter der Mütze hervor. Ich musste dich früher immer überreden, mit mir auf einen Weihnachtsmarkt zu fahren, sagt Chris und stopft die Zöpfe wieder unter den roten Stoff der Mütze. Müsstest du auch jetzt noch, ich war mit Tom immer nur in Köln auf dem Weihnachtsmarkt, hat sich daran einen Narren gefressen. Was hältst du davon, wenn wir stattdessen auf den Mittelalterweihnachtsmarkt auf Schloss Hartenberg fahren? In Ewiges? Frage ich und Chris nickt. Obwohl in Ewiges ein benachbarter Stadtteil ist, war ich noch nie auf diesem Weihnachtsmarkt. Okay, stimme ich zu, denn ich befürchte es mir sonst anders zu überlegen. Seit es auf die Vorweihnachtszeit zugeht, habe ich ständig dieses nervöse Kribbeln in der Markengegend. Auch wenn ich schwören könnte, dass es an manchen Tagen durch Chris verursacht wird, so entsteht es doch auch häufig durch den Gedanken an Tom, an unser letztes Weihnachten. Kurz zuvor hatten wir uns verlobt und freuten uns auf das neue Jahr, das so viele wundervolle Augenblicke für uns bereithalten sollte. Wir hofften, das nächste Weihnachten vielleicht schon zu dritt feiern zu können. Doch nichts kam so, wie wir es planten. Tom ist fort, unser Baby wird es niemals geben und den funkelnden Diamanten an meiner Hand habe ich durch ein schlichtes Tattoo ersetzt. Zugegeben, es ist wirklich sehr hübsch und ich könnte es stundenlang betrachten. Doch jetzt ist schon wieder Weihnachten. Ich bin dankbar, dass ich wenigstens Chris bei mir habe, sonst könnte ich diese Zeit nicht durchstehen. Seit Monaten drehen sich meine Gedanken im Kreis. Einerseits verspüre ich endlich wieder etwas, wenn ich Chris ansehe. Ich merke, dass ich noch am Leben bin. Andererseits mischt sich bald schon ein schlechtes Gewissen darunter, dass ich es kaum ertrage, ihn anzusehen. Ein beklemmendes Gefühl drückt auf meine Stimmung und seit es in der letzten Woche kälter und dunkler geworden ist, fühle ich mich zunehmend eingeengt. Als schnüre mir etwas die Luft ab. Ich müsste dringend mal hier raus. Abstand gewinnen zu meinem Leben hier. Woran denkst du? fragt Chris, der meine geistige Abwesenheit bemerkt hat. Daran, dass ich dringend mal wieder einen Urlaub vertragen könnte, murmele ich und während ich diese Worte ausspreche, wird mir erst bewusst, wie wahr sie sind. Gut, dann buchen wir was, antwortet er und auf meinen verdutzten Blick ergänzt er rasch. Natürlich komme ich nur mit, wenn du es willst. Ich kann doch jetzt nicht in den Urlaub fliegen, entgegne ich kopfschüttelnd. Nicht sofort, aber wie wäre es im nächsten Frühjahr oder im Sommer? Wohin willst du? Chris' Augen leuchten und ich muss aufpassen, dass ich mich von seinem Enthusiasmus und der Spontanität nicht anstecken lasse. So war es schon immer. Die Frage ist eher, was kannst du dir leisten? Und die Antwort ist Langenberg. Ach, komm schon, Emmi. Ich habe noch genug Geld übrig vom Verkauf meiner Wohnung. Außerdem verdiene ich nichts schlecht in der neuen Kanzlei. Ich lade dich ein. Chris, du sollst mir nicht wieder was bezahlen, ermahne ich ihn. Vor ein paar Wochen habe ich ihm gestunden, dass Benni mir von dem Scheck und der angeblichen Lebensversicherung erzählt hatte. Darauf folgte unser bisher einziger kleiner Streit, den wir aber schnell wieder beilegen konnten. Ich will es aber. Warum nimmst du es nicht an? Was soll ich schon mit dem Geld? Allein in den Urlaub fliegen macht auch keinen Spaß. Außerdem bekomme ich in deinem Café immer gratis Getränke. Da hast du sicher einiges gut bei mir, antwortet er augenzwinkernd. Ha, ha, kommentiere ich trocken. Doch der Gedanke an einen Urlaub reizt mich. Da es im Café seit dem Eventsonntag erstaunlich gut läuft, könnte ich es mir sogar ein bisschen leisten. Obwohl ich eigentlich vorhatte, das Geld für schlechtere Zeiten beiseite zu legen oder es zu sparen, um es heimlich Chris zurückzahlen zu können. Die Hälfte habe ich bald schon zusammen und dann kann ich endlich meine Schulden begleichen. Ich ertrage kaum den Gedanken daran, dass Chris mir das Geld für die Rettung des Ladens überlassen hatte. Wolltest du nicht früher immer nach Chile? Das weißt du noch? Frage ich ihn erstaunt. Klar doch. Seit du damals dieses eine Buch gelesen hast, hast du ständig davon geschwärmt, gibt Chris zurück und ich muss grinsen. Tatsächlich habe ich mit 15 ein Buch gelesen, in dem die Hauptfigur durch Peru und Chile reiste und dort in den Anden ihre große Liebe traf. Die Geschichte war so herzzerreißend schön und die Beschreibungen derartig fesselnd, dass ich mir damals gesporen habe, eines Tages dorthin zu pflegen. Bevor ich den Ausbildungsplatz bei Betty und Ludwig sicher hatte, zog ich sogar kurze Zeit in Erwägung, nach der Schule eine kleine Weltreise einzulegen und in Chile zu starten, wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich das tatsächlich alleine durchgezogen hätte. Da möchte ich wirklich irgendwann mal hin, sage ich seufzend. Dann machen wir das, nur ein paar Monate lang. Peru, Chile, vielleicht noch Kolumbien oder Venezuela. Was hältst du davon? Chris, ich kann nicht einfach nach Südamerika fliegen. Warum nicht? Das Café? Wir finden Ersatz für Elif und Timo. Der hat bloß Bewährung bekommen, er kommt klar. Aber well, die hat Timo. Keine Ausreden, Emmy. Willst du lieber zu Hause bleiben und eines Tages bereuen, etwas verpasst zu haben? Bücher lesen und sich in eine andere Welt davon zu träumen, ist schön und gut, aber es ist kein Ersatz für das wahre Leben, für echte Erinnerungen und Erfahrungen. Ich schweige. Chris hat recht. Ich habe schon immer von einer Weltreise geträumt, davon etwas zu erleben und andere Länder zu entdecken. Die Sonne auf meiner Haut zu spüren, das Salzwasser zu schmecken und nicht zu wissen, was der nächste Tag bringt oder wohin ich morgen reise. Mich treiben zu lassen, im Hier und Jetzt zu leben und den Augenblick zu genießen. Es wäre zu schön, sage ich leise. Was hält uns dann davon ab? Du hast auch einen Job, bemerke ich. Na und? Arbeiten kann ich noch den Rest meines Lebens. Ich werde fragen, ob ich einige Monate lang pausieren kann und wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Ich finde schon was Neues. Es gibt Wichtigeres im Leben als die Karriere. Und du meinst, wir kriegen das mit dem Kaffee hin? frage ich zögernd. Natürlich. Wenn wir das wirklich wollen, klappt es auch. Jetzt hat er es geschafft. Sein Enthusiasmus springt auf mich über und meine Finger kribbeln nervös. Eine angenehme Unruhe breitet sich in mir aus, voller Vorfreude auf die Dinge, die noch kommen. Chris hat mich schon immer aus meinem Schneckenhaus geholt. Alleine würde ich mich das nie trauen, aber mit Chris an meiner Seite erfordert mich heraus, bringt mich dazu, etwas zu wagen, zu leben. Also, was meinst du? Fliegen wir nach Chile? fragt er. Wir fliegen nach Chile, jubele ich und falle ihm um den Hals. Eine Woge des Glücks überkommt mich und ich muss mich ermahnen, Chris nicht zu küssen. Die Vorfreude bringt mich zum Zittern und eine kleine Freudenträne läuft mir über die Wange. Epilog Neun Monate später Durch meine geschlossenen Augenlider erahne ich das Rot der untergehenden Abendsonne, die bald dort versinken wird, wo das Himmelblau des Horizonts und das Tiefblau des Meeres sich vereinen. Der Sonne zwischen meinen Zehen ist nicht mehr so heiß wie heute Mittag und je tiefer ich sie darin vergrabe, desto kühler wird es. Genau das Richtige nach einem derart heißen Tag. Aus der Ferne wehen Gesprächsfetzen, heiteres Lachen und vereinzelte Gitarrenklänge zu mir herüber. Ich halte die Augen weiterhin geschlossen und genieße den Augenblick. Den Moment der Ruhe und Stille, bevor wir aufs Neue in das bunte Treiben der Stadt gezogen werden. Heute hat Chris wieder einen Auftritt, diesmal in einer gemütlichen Bar in der Strandpromenade. Wir sind erst am Morgen hergekommen in diese kleine Stadt, irgendwo zwischen Los Angeles und San Francisco. Chris hat den Barbesitzer James gestern in L.A. kennengelernt, als wir einer Strandparty beiwohnten, zu der uns andere Weggefährten, Stacy und John, mitgenommen hatten. Im Gespräch hatte sich ergeben, dass James für heute ein Konzert in seiner Bar geplant hatte, sein angekündigter Musiker Corey jedoch aufgrund eines Flugausfalls noch in Miami festsetzt. Chris hatte angeboten, einzuspringen. Und so kommt es, dass er gerade seine Gitarre stimmt. Seit seinem Auftritt in meinem Lesekafé habe ich Chris oft singen hören. Er hat endlich die Blockade vor Publikum aufzutreten überwinden können. Gott sei Dank, denn damit finanziert er nicht unwesentlich unsere kleine Weltreise. In den meisten winzigen Bars liebt man den Auftritt des schüchternen Deutschen im Surferlook. Und so bringen diverse Hutspenden uns genug Geld ein, um die jeweils nächsten Übernachtungen zu bezahlen. Die Vorbereitungen unserer Reise hatten monatelang gedauert. Schließlich musste die Führung des Cafés gewährleistet sein und ich wollte zunächst den gesamten Geldbetrag ansparen, den ich Chris nach seiner selbstlosen Rettungsaktion mit dem Scheck schuldete. Er wollte das Geld erst gar nicht annehmen, doch ich bestand darauf und schließlich gab er klein bei. Seit Monaten lassen wir uns jetzt bereits treiben, schauen spontan, was als nächstes kommt. Angefangen haben wir wie geplant in Chile. Nachdem wir seine Hauptstadt Santiago de Chile besichtigt hatten, erkundeten wir die Atacama-Wüste und anschließend die Anden, von denen ich schon so lange geträumt hatte. Es war dort nahezu so romantisch wie in meinem Buch von früher, was aber auch dem Umstand geschuldet war, dass Chris und ich uns endlich näher kamen. Die ersten Wochen unserer Reise waren anstrengend und ereignisreich zugleich, denn wir mussten uns erst einmal an das veränderte Klima und den ungewohnten Tagesablauf gewöhnen. Während unserer Tour durch die Anden nächtigten wir einmal in einer verlassenen Berghütte und verkochen uns erschöpft unter der Decke. In den Nächten zuvor hatten wir stets in Hostels oder billigen Hotels geschlafen. An Romantik war nicht zu denken gewesen, auch wenn das Knistern zwischen uns mittlerweile unerträglich laut geworden ist. Noch vor unserem Abflug aus Deutschland habe ich ein langes Gespräch mit Tom geführt, an seinem Grab, habe ihm von meinen Plänen erzählt, ihn um Erlaubnis gebeten, mein Leben weiterzuleben. Natürlich hat er mir nicht geantwortet, doch während ich mit mir selbst sprach, wurde mir klar, dass Tom gar nicht die Antwort für mich hatte, auf die ich so lange gewartet hatte. Die musste ich mir selbst geben. Tom hatte mich geliebt und er hätte gewollt, dass ich glücklich bin. Dasselbe hätte ich mir für ihn gewünscht. Tom wird immer ein Teil von mir bleiben, genau wie die Trauer um ihn. Doch das Leben ist zu kurz, um unglücklich zu sein. Das ist eine Lektion, die ich nach seinem Tod hart lernen musste. Es tat mir gut, mich bei ihm am Grab auszusprechen, denn so konnte ich mir endlich selbst erlauben, wieder lebendig zu sein. Eine Zukunft zu wollen, Wünsche zu haben und zu träumen, das Gefühl, geliebt zu werden, zu genießen und mich vielleicht selbst wieder zu verlieben. Schließlich ist Liebe immer die richtige Antwort auf all unsere Fragen. Was nicht heißt, dass ich Tom je vergessen werde, denn Liebe vergisst nie. Tom wird immer in meinem Herzen sein. Nur wird sich vielleicht noch jemand dazugesellen, der schon lange einen Platz darin einnimmt, ohne dass ich es so recht wahrgenommen habe. Seit unserer Abreise habe ich wieder das Gefühl, Herr über meinen Körper und mein Leben sein zu können. Wirklich da zu sein und nicht bloß anwesend. Eine mir völlig neue Lebensenergie durchströmt mich Tag für Tag. Und in dieser einen Nacht in den Anden spürte es auch Chris. Fühlte, dass ich endlich bereit war, mich meinen Gefühlen zu stellen und unsere Liebe zuzulassen. Es war eine magische Nacht für uns, die ich niemals vergessen werde. Es bedeutete nicht das Ende von etwas, sondern den Anfang, unseren Neuanfang nach so vielen Jahren. Obwohl wir uns schon früher nahe gestanden haben und ich Chris in- und auswendig kenne, so fühlte es sich zunächst noch etwas befremdlich an, ihm derart nahe zu sein. Und doch legte sich dieses Gefühl bald darauf, weil es überlagert wurde von unzählig vielen positiven Empfindungen. Liebe, Lust, Leidenschaft, Sehnsucht, Erfüllung, Zärtlichkeit. Unwillkürlich muss ich lächeln, während ich an seine liebevollen Berührungen zurückdenke. Na, Träumerin? fragt Chris und reißt mich aus meinen Gedanken. Oh, du bist schon fertig? Frage ich und setze mich etwas auf, während er sich neben mir im Sand niederlässt. Ja, den Rest mache ich gleich kurz vor dem Auftritt. James hat angeboten, mit ihm zusammen zu essen, seine Frau Olivia kocht gerade und wollte uns unbedingt einladen. Ich nicke und kann ein Lächeln nicht verbergen. Auf unserer Reise sind wir unglaublich vielen Menschen begegnet, die uns aus reiner Gastfreundschaft aufgenommen haben, die hilfsbereit waren und uns unterstützten, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Seit unserem Trip glaube ich mit fester Überzeugung daran, dass es noch das Gute auf dieser Welt gibt. Das ist wirklich sehr nett von ihr, bemerke ich und schaue Chris in seine tiefblauen Augen. während er sich lässig das Sonnengebleich der Haar aus dem Gesicht streicht. Er hat wirklich gut Farbe bekommen in den letzten Monaten. Man könnte ihn tatsächlich für einen Surfer halten, wohingegen ich anfangs eher mit Sonnenbrand zu kämpfen hatte und mehr einer überreifen Tomate glich als einem sexy Surfer-Girl. Kommst du gut voran? fragt er mich und deutet auf das Notizbuch, das neben mir im Sand liegt. Eigentlich schon. Das Problem ist, eher Dinge zu finden, die ich streichen kann, antworte ich mit einem verlegenen Grenzen. Tatsächlich ist es gar nicht so leicht, ein Reisetagebuch zu führen und es auf das Nötigste zu beschränken. Alles kommt mir irgendwie wichtig vor. Unser Andentrip in Chile, die Inka-Stadt Machu Picchu in Peru, Strandspaziergänge an der Karibiküste Kolumbiens, ein Maluma-Konzert in Bogotá. Überhaupt bin ich von der lateinamerikanischen Kultur, Musik Musik und Sprache überwältigt. Dann erinnere ich mich noch an Zwölf Stunden mit Chris in Bocas del Toro in Panama, an den plötzlichen Heiratsantrag im Regenwald Costa Ricas. Wir stunden auf einer Hängebrücke in schwindelerregender Höhe. Unter uns vermischten sich die grünen Baumkleider der vielen Pflanzen. Statt andächtiger Stille summte und brummte es überall und ein paar Tukan und Kolibris sangen ihre Lieder. Ich genoss gerade die unglaubliche Aussicht und versuchte den Moment in mich aufzusaugen, als Chris von hinten seine Arme um meinen Körper schlang und mir ganz überraschend die Frage aller Fragen stellte. Und es werden noch viele Momente hinzukommen, auf die ich mich jetzt bereits unendlich freue. Auf den Dia de los Muertos zum Beispiel, den wir im Oktober in Mexiko feiern wollen. Und wer weiß, wohin es uns sonst noch so verschlägt. Jedes einzelne Ereignis hat seine Berechtigung erwähnt zu werden. Und doch kann ich in dem Blog, den ich vor ein paar Monaten während der Reisevorbereitung gegründet habe und seither aus der Ferne Pflege nicht alles schreiben. Jeder Artikel muss auf interessante Fakten und Details begrenzt werden, so dass die Leser nicht scharenweise abspringen, weil sie meinem unsortierten Gedankenstrom ausgesetzt sind. Kann ich verstehen. Jeder Moment ist einzigartig, sagt Chris und ich lasse diese Worte kurz auf mich wirken. Ich weiß nur noch nicht, wie ich das alles in ein Buch packen soll, entgegne ich seufzend. Nachdem der Blog zunehmende Besucherzahlen verzeichnete, habe ich beschlossen, das gesamte Online-Reisetagebuch als echtes Buch herauszubringen. Dadurch könnte ich zumindest im Anschluss finanziell etwas zur Reise beisteuern, denn die gelegentlichen Sponsoring-Angebote und kostenlosen Übernachtungen oder Mahlzeiten in größeren Hotelketten und Restaurants sind kein Vergleich zu Chris' Einnahmen durch die Barauftritte. Das wird schon, mach dir nicht zu viele Gedanken darum, das hattest du dir doch vorgenommen, nicht grübeln, sondern den Augenblick genießen. Das mache ich, antworte ich und ziehe ihn näher an mich heran, um ihn zärtlich zu küssen. Chris erwidert den Kuss leidenschaftlich und legt mir sanft seinen starken Arm um die Schultern. Einmählich beginne ich zu frösteln, weil die Sonne nun voll ins Versunken ist. Schweigsam sitzen wir einfach da und genießen die Ruhe und die Nähe des Anderen. In dem Moment wird mir wieder einmal bewusst, was für ein Glück im Unglück ich hatte. Dass ich den Unfall überlebt habe, ohne eine einzige Schramme. Dass ich wundervolle Freunde habe, die mir durch die Zeit danach halfen. Dass Chris wieder in mein Leben zurückgefunden hat und wir eine zweite Chance bekommen haben. Wollen wir reingehen? Ich möchte James und Olivia nicht warten lassen, sagt Chris und ich nicke. Er springt mühelos auf und hält mir seine Hand hin, damit ich mich an ihm hochziehen kann. Hand in Hand schlendern wir zurück zur Promenade. Bist du dir da wirklich sicher? fragt mich Chris bereits zum dritten Mal und schüttelt ungläubig den Kopf. Natürlich, sonst würde ich es doch nicht vorschlagen. Freust du dich denn gar nicht? Allmählich beginne ich an meiner Idee zu zweifeln. Aber klar doch, ich möchte dich nur nicht um deine Traumhochzeit bringen. Das tust du nicht. Ich hatte schon mal eine Traumhochzeit geplant und wir wissen beide, wie das geendet hat. Chris schweigt, greift nach meiner Hand und fährt zärtlich mit dem Daumen über die Innenfläche. Ein wohliges Kribbeln überkommt mich. Also, frage ich ihn noch einmal. Okay, wenn du es wirklich willst, dann tun wir es. Das wird wunderbar, jubele ich. Chris hebt mich an der Hüfte hoch und wir drehen uns einige Male im Kreis. Dann küsst er mich zärtlich. Heute also? fragt er unsicher. Ja, ich will nicht länger warten. Ich will spontan sein, das Leben genießen, einfach das tun, was ich genau jetzt tun möchte und nicht auf den richtigen Moment warten. Den gibt es nicht. Das Jetzt ist immer der beste Augenblick. Man weiß nicht, was die Zukunft bringt. Ich bin selbst erstaunt angesichts der Worte, die mir da so mühelos über die Lippen kommen. Chris hat mich endlich aus meinem Schneckenhaus gelockt und mir die Welt gezeigt. Das Leben. Und so glücklich wie gerade war ich schon lange nicht mehr. Deshalb will ich diesen Augenblick noch schöner machen. Aber es wird sicher schwer, das heute zu organisieren. Wir sind hier nicht in Las Vegas, gibt Chris zu bedenken. Kein Problem. Olivia sagte gestern beim Abwasch, ihre Tochter arbeite hier in einem Hotel, das Strandhochzeiten organisiert. Ihre Arbeitskollegin hält die Trauungen ab. Sie sind rechtswirksam, füge ich noch hinzu, als Chris die Stirn runzelt. Du hast das Ganze ja wirklich gut durchdacht, gibt der Grinsen zu. Hab ich. Ein weißes Kleid bekomme ich an der Promenade. Blumen auch. Olivia kann Fotos schießen, Make-up und Frisur kann ich selbst machen. Was brauchen wir noch? Frage ich und grinse gewinnend zurück. Ringe, bemerkt er und zieht enttäuscht die Mundwinkel nach unten. Oh, sag ich. Daran habe ich dann doch nicht gedacht. Aber das ist auch kein Problem. Gestern habe ich an der Promenade einen kleinen Schmuckladen entdeckt. Sie werden zumindest was Provisorisches für uns haben. Ein stolzes Lächeln huscht über Chris' Gesicht. Ich hätte nie geglaubt, dass aus der zurückhaltenden Kleinstadt Emmy mal eine spontane Weltenbummlerin wird, sagt er schließlich. Hey, was soll das denn heißen? empöre ich mich scherzhaft. Doch ich kann ihn verstehen. Ich hätte ja selbst nicht gedacht, was alles in mir steckt. Es ist, als hätten all diese Wünsche und Sehnsüchte schon lange in mir geschlummert und bloß darauf gewartet, von Chris geweckt zu werden. Ist ja gut, gibt Chris Schmunzeln zurück. Also dann los, wir müssen heute eine Hochzeit organisieren. Er drückt mir einen Kuss auf den Mund und will gerade unser bescheidenes Motilzimmer verlassen, als ich ihn aufhalte. Warte, ich bin gleich fertig und komme mit, sage ich und käme mir rasch durch das noch feuchte Haar. Nein, ich muss noch was erledigen. Treffen wir uns in einer Stunde bei dem Schmuckladen? fragt er und ich nicke. Als die Tür ins Schnuss fällt, kann ich nicht anders, als kurz einen Jubelschrei loszulassen und wie eine Bekloppte durchs Zimmer zu hüpfen. Heute ist es soweit, ich werde heiraten. Das hätte ich vor einer Stunde, als ich die Augen aufschlug, sicher noch nicht gedacht. Dabei spukte mir der Gedanke bereits seit dem Vorabend im Kopf herum, nachdem Olivia mir von den Strandhochzeiten erzählte. Jetzt aber flott ermahne ich mich und greife rasch nach der Wimperntusche. Es ist schließlich ein besonderer Tag, da sollte ich mich noch etwas zurecht machen. Knapp neun Stunden später stehen Chris und ich uns bei der improvisierten Trauung gegenüber. Ich trage ein locker leichtes weißes Strandkleid und stehe barfuß im Sand. Chris hat sich eine kurze schwarze Anzughose und ein helles Leinhemd besorgt. Auch er trägt keine Schuhe. Mit der rechten Hand zieht er den Blumenkranz in meinem Haar zurecht. Heute habe ich ausnahmsweise mal auf den klassischen Dutt verzichtet und trage das Haar offen. Einige Strähnen tänzeln im Wind und wehen mir ins Gesicht. Können wir anfangen? ruft Joyce die Standesbeamtin Olivia zu. Die hantiert gerade mit ihrer Tochter Sophia am Tablet und versucht die Verbindung aufzubauen. Einer fehlt noch, gibt Sophia zu bedenken. Also warten wir noch einen Augenblick. Derweil sehe ich mich in unserer kleinen Hochzeitsgesellschaft um. Chris und ich. Joyce, Olivia und James. Sophia. Corey, der Musiker aus James Bar, der es erst mit einem Tag Verspätung aus Miami nach Kalifornien schaffte. Stacy und John, das Paar, das uns schon seit einigen Wochen auf unserer Reise begleitet und das uns vorgestern auf der Strandparty James vorgestellt hat. Jetzt ist er online, ruft Sophia eine Minute später und wir alle starren wie gebannt auf das Display. Tatsächlich befinden sich darauf mehrere kleine Fenster, in denen Miniaturansichten unserer Freunde zu erkennen sind. Alle da? fragt Chris und um sicher zu gehen frage ich einzeln ab. Belle und Timo? Jep! Komprompt zurück. Martin und Jana? Ein zustimmendes Gemurmel. Benni? Seid gerade mit dabei, antwortet er. Elif und Judith? Frage ich dann. Sind da? Geben sie ihm kurz zurück und Molly tapst vor das Display. Nachdem ich Elif damals von meinen Urlaubsplänen berichtet hatte, hat sie sich kurzerhand entschlossen, bereits das zweite Semester ihres Wirtschaftsstudiums als Praxissemester zu nutzen und die Arbeit in meinem Café als Praktikum anrechnen zu lassen. Da Judith gelernte Buchhalterin ist, hat sie sich Elif als Aushilfe angeschlossen und die beiden haben spontan für die Zeit meiner Abwesenheit eine Mädels- und Katzenbegeh in der Wohnung über dem Café gegründet. Gott sei Dank sind meine Fellknäuel also in besten Händen. Luisa mit Anhang? Frage ich schließlich. Luisa ohne Anhang gibt Chris' Schwester aus dem Skype-Fenster zurück. Hannah schläft noch und Jonas hat Nachtschicht. Damit müssen wir leben, kommentiert Chris schulterzuckend. Betty und Ludwig frage ich noch, um die Liste zu kompletieren. Wir sind schon seit Stunden hier in diesem Ding drin. Wir wissen nicht, wie man es an- und ausstellt, deshalb hat Valentina es uns gestern Abend eingerichtet, sagt Betty aufgeregt und winkt in die Kamera. Unwillkürlich huscht ein Lächeln über mein Gesicht und ich winke zurück. Das sind Betty und Ludwig, wie ich sie kenne. Meine Eltern habe ich heute Morgen auch noch erwischt, doch sie sagten, ich solle ihnen aus Deutschland später ein Video zuschicken. Das habe ich auch anderes erwartet. Chris' Eltern sind ebenfalls nicht online, weil sie seit seinem Umzug aus München jeden Kontakt zu ihm abgebrochen haben. Doch ich kenne Chris, es macht ihm nichts aus. Er hat viel zu lange schon nach ihren Regeln gespielt. Es wurde Zeit, dass er das änderte. Können wir jetzt bitte loslegen, jammert Welle aus ihrem Skype-Fenster. Es ist hier vier Uhr morgens an einem Sonntag, ich will wieder in mein Bett, beschwert sie sich scherzend. Außerdem tritt das Baby, es will auch schlafen, bemerkt Jana aus ihrem Fenster und Martin streicht dir beruhigend über den kugelrunden Bauch. Alles klar, wir beeilen uns, sage ich augenzwinkernd und nicke Joyce aufmunternd zu. Es kann losgehen. Doch bevor Joyce auch nur den Mund aufmachen kann, setzt plötzlich Gitarrenmusik ein. Curry stellt sich hinter sie und begleitet ihre Rede mit sanften Klängen. Ich habe ihn heute Morgen nach seiner Ankunft gefragt, ob er seinen geplanten, gestrigen Auftritt nicht in kleinerem Rahmen nachholen möchte, erklärt Chris augenzwinkernd auf mein irritiertes Staunen. Das ist wunderschön, gebe ich zu und küsse ihn kurz. Na na, erst heiraten, ermahnt uns Joyce und wedelt mit dem Finger. Dann beginnt sie mit der Zeremonie, doch ich muss gestehen, dass ich kaum ein Wort mitbekomme. Denn als ich Chris ansehe, blende ich wie gebannt alles aus. Corys Gitarrenklänge, das Wellenrauschen, das gerüte Schniefen unserer Hochzeitsgäste am Strand und auf Skype. Stattdessen sehe ich den Mann in die Augen, der mir meine Welt bedeutet, der mir schon immer so unglaublich viel bedeutet hat, mehr als mir klar war, der mich auf Händen trägt, mir eine Zukunft schenken will und mich bedingungslos liebt, der mir beruhigend mit dem Finger über den Daumen streicht, weil er genau weiß, was in mir vorgeht, der genauso wenig Joyce zuhört wie ich, denn so schön ihre Rede auch sein mag, wir benötigen keine Worte. Wir brauchen bloß uns, unsere Nähe und Liebe. Ich bin so unendlich glücklich und dankbar dafür, dass ich mich damals in meiner größten Not zurückgeträumt habe, in meine Zeit mit Chris, zurückgeträumt in meine Liebe zu ihm, dass er nicht aufgab und für uns gekämpft hat, weil auch er sich erinnerte, sich zurückträumte. Während die Sonne am Horizont versinkt und das Flamme-Rot in ein buntes Farbenspiel übergeht, stellt uns Joyce schließlich die alles entscheidende Frage. Wir bejahen und liegen uns kurz darauf küssend in den Armen. Aus der Ferne höre ich noch Applaus- und Glückwunschbekundungen, doch ich versinke ganz im Hier und Jetzt. Und als ich ihm in die Verrührung glänzenden Augen sehe, weiß ich, dass auch er froh ist, dass ich mich zurückgeträumt habe. Und jetzt kommt unsere gemeinsame Zukunft und wir werden sie nicht nur träumen, sondern leben zusammen. Amen. Vielen Dank.